Herzlich willkommen, Dr. Susanne Dienz und Katharina Paunen. Wir duzen uns ja und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ihr seid unsere neuen Ambassadorinnen, so neu nicht mehr, aber für München und Münchenland und natürlich Niederbayern und Oberbayern. Die große Region Bayern ist ein großes Land und deswegen haben wir das so ein bisschen aufgeteilt und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Liebe Susanne, ich fange jetzt mal bei dir an. Du bist bei mir oben links im Bild. Ich weiß mittlerweile, ich habe heute ein größeres Videokarten. Das ist ganz unterschiedlich. Ich hoffe, dass das jetzt so ist. Du bist bei mir links oben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Jetzt, Susanne, du hast ja schon ganz viele Dinge gemacht. Du hast ein Buch geschrieben, du bist Hochschulprofessor, man kann es mal schlecht für sich selber sagen. Du bist Coach, du bist Trainerin, Speakerin, also ganz viele Dinge, die du machst. Vielleicht sagst du selber mal ein bisschen was zu dir und was du aus deiner Situation, aus deinem Beruf, im Umfeld einbringen willst in unseren neuen Fund, der jetzt ein Red Club heißt und im Rahmen dieses Red Talks, die wir wirklich verabschieden haben. Und ich freue mich, dass du da bist, Susanne, zu sein. Ja, danke schön. Ich freue mich. Ja, ich habe so ganz viele Rollen. Also ich bin Dozentin eben an Hochschulen, wie du gesagt hast, ich bin ein Buch bestreben, ich bin Trainerin. Aber alles kann man eigentlich unter Personalarbeit passen. Personalentwicklerin bin ich so von der Pike aufgelernt und habe das Thema Sinn in der Arbeit für mich entdeckt. Und da bin ich sehr leidenschaftlich drin, findet mich dann auch ab und zu auf Bühnen mit meinem Vortrag. Und aus diesem Thema ist dann auch ein sehr spezielles Frauenthema entstanden, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Sinn in der Arbeit vor allem Frauen triggert und auch betrifft und die da auch sehr leidenschaftlich drin sind. Und deswegen gibt es jetzt eben auch seit kurzem die Business Moms, also eine Mütterinitiative für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job und aber auch für smarte Arbeitgeber, die sagen, sie wollen Frauenförderung wirklich ernst nehmen. Also die erkannten, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben viel in unsere Damen auch investiert und wir möchten die trotz oder gerade auch wegen Mutterschaft im Unternehmen halten. Und das ist eine Sache, wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich in diesem großartigen Frauennetzwerk jetzt sein darf, weil mir das so wichtig ist, dass gerade dieses Thema unsere Rollen als Frauen, und da gehört eben das Muttersein auch dazu, dass man da sichtbarer wird, dass das nicht alles immer so nebenbei läuft, dass man ein Bewusstsein generiert, aber auch, dass Frauen sich hinstellen können und sagen, schaut mal her, das sind meine Rollen und ja, es ist oft hart, aber ich kriege es hin. Also, dass wir das nicht irgendwie so unter der Oberfläche laufen lassen. So sagen wir mal, was ich bei Glück jetzt gleich an und dann stelle ich Katharina vor, was mir auch so ein Thema ist. Also, ich sehe diese wahnsinnige Belastung, die junge Frauen haben. Ich weiß halt heute, dass immer das grüne Licht gucken muss. Das ist ganz schwierig, weil ich unterhalte mich mit dir und muss in die Kamera gucken und da sehe ich dich natürlich nicht, ich sehe deine Augen nicht und so weiter und du suchst, aber es ist schwierig. Ich sehe das so, dass Frauen heutzutage die Problematik haben, gerade die jungen Frauen, die müssen im Job auch voll mehr sein, die müssen zu Hause alles unter Dach und Fach kriegen, die müssen die Kinder gut versorgen, die müssen natürlich auch für Hausaufgaben, Frauen sorgen und so weiter selber machen und natürlich auch nur den Haushalt führen. Und in der Regel natürlich auch mit dem Partner auch noch Dinge machen. Ich sehe da einen unglaublichen Druck bei Frauen. Und ich finde das insgesamt schon als sehr problematisch, dass man von Frauen nicht nur eine Doppelbelastung fordert, sondern dass man wirklich auch eine Dreifachbelastung erwartet. Bei Frauen, wir haben auch immer die Anforderungen an uns selbst, dass wir gut aussehen, dass wir eine gute Figur haben, dass wir ganz schnell wieder im Job zurück sind. Wir haben unser altes Gewicht wieder haben und wir wissen alle, was Mutterschaft bedeutet. Wie siehst du das aus deiner Sicht, wo du ja beruflich damit zu tun hast und sicherlich mit vielen Frauen sprichst, die dieses Thema haben und mit Arbeitgebern natürlich auch? Also du hast es schon angesprochen. Es sind oftmals wirklich auch in erster Linie die Ansprüche an einen selber, die einem da im Weg stehen. Und wo wir Frauen gar nicht formulieren, deswegen soll ich immer das sichtbar werden, ist so wichtig, wo wir Frauen gar nicht formulieren, was gerade unsere Belastung an der Stelle ist. Und es gibt ein sehr schönes Modell dazu, in das ich auch fest glaube, und zwar, dass wenn wir in Stresssituationen sind und in Belastungssituationen, dass immer dann wir auf Autopilot schalten, also dass wir Energie sparen wollen. Und dann springt das Unterbewusstsein an und das Unterbewusstsein greift immer auf ganz, ganz alte Erfahrungen zurück. Und die sind halt oft in der frühen Kindheit und automatisch nehmen wir dann auf einmal das Leben unserer Mütter oder eben vielleicht sogar unserer Großmütter weiter. Und das ist für viele so ein Eye-Opener, wo sie sagen, ey, stimmt, ich sage plötzlich Sätze, die hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Und die haben mich damals schon genervt und die nerven mich selber. Und das erklärt so ein bisschen, warum es in erster Linie so eine Bewusstheit, und man redet ja auch oft von Achtsamkeit, braucht bei uns Frauen, dass wir in erster Linie um uns selber kümmern. Das ist schwierig, weil wir immer alt sind. Ja, genau. Katharina, schön, dass du dabei bist. Ich sage jetzt ein bisschen was zu dir, Katharina. Du hast früher ganz große Markenbetreuung, Freiwillen und so weiter. Du weißt es besser, du hast es jahrelang gemacht, auch eine große Mediengesellschaft. Und du bist ein Markenprofi und bist auch verheiratet, bist gebürtige Münchnerin und lebst in München und in Niederbayern, in Passau. Das ist deine Heimat. Und erzähl uns noch ein bisschen was von dir, was du für ein Thema hast, was für dich wichtig ist, was dein Anliegen ist. Und wie du dir vorstellst, dass wir in Zukunft online und offline Veranstaltungen machen, was dir dabei am Herzen liegt, was du fokussieren möchtest. Ich bin gespannt, weil du bist die nächste, du und zusammen, ihr seid die nächste Generation. Ich bin gespannt, was da von euch kommt. Ich bin schon die ältere Generation, ihr seid im Alter meines Sohnes. Und ich freue mich sehr auf das, was du uns zu sagen hast, liebe Katharina. Also vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und es ist wirklich ein großartiger Club mit einem großartigen Gedanken. Und da bin ich stolz, eine Ambassadorin sein zu dürfen. Ich bin PR-Beraterin und habe eine eigene PR-Agentur, arbeite aber seit über einer Dekade in der PR und dürfte, wie du gerade gesagt hast, über die Jahre viele namhafte Marken begleiten und betreuen. Und in erster Linie ist es so, dass ich die Außenwirkung von Unternehmen beziehungsweise Marken sozusagen die da führe und berate und passende Kommunikationsstrategien entwickle und die für die Marken und Unternehmen umsetze. Und des Weiteren ist auch noch ein Steckenpferd von mir, Veranstaltungen und mit allem, was da dazugehört, von der Konzeption, über die Planung, Budget und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch mit einer chinesischen Geschäftspartnerin, sind wir tätig auf dem chinesischen Markt und helfen da europäischen Firmen beim erfolgreichen Einstieg. Aber gerade diese Veranstaltungsthematik ist natürlich eine, die ich bei den Great Ladies einbringen möchte und da den Frauen ganz tolle Events bieten möchte, auf denen sie Themen besprechen können, die sie weiterbringen, aber auch natürlich Veranstaltungen, die dann Spaß machen. Vielen Dank, liebe Katharina. Wie würdet ihr euch denn jetzt vorstellen, wie ein Club, ein zeitgemäßer Club, ein Club, der jetzt in diese Zeit passt für Frauen in eurem Alltag und natürlich auch gern jünger? Wie könnte der aussehen? Was könnte der Frauen bieten? Was muss der, was soll der an Arbeit leisten? Wo ist die menschliche Vernetzung? Wo ist die fachliche Vernetzung? Wo sind die Themen? Wie seht ihr beide das? Ich sag mal bei dir an, Susanne, erklär das mal aus deiner Sicht. Du bist ja sehr professionell als Speakerin unterwegs und hast interessante Themen. Und was wäre da ein Thema, das dir am Herzen liegt? Was könntest du dir vorstellen, dass es für uns wichtig wäre? Also das eine ist natürlich, Begegnungsräume zu schaffen. Also was ihr ja schon so wunderbar gemacht habt, einfach Veranstaltungen, die Frauen Spaß machen, die ansprechen, wo auch ein schönes Drumherum ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in Zukunft, nach Corona oder vor allem dann wahrscheinlich, also dass Frauen sich einfach auch entspannen können. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt so viele Netzwerkveranstaltungen, wo viele Männer dabei sind. Es ist ein Hauen und Stechen und ein Kampf um die Visiten könnten. Und das ist das, was wir ja gar nicht wollen. Es geht darum, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir uns gut verstehen. Du hast mir gerade so aus dem Herzen gesprochen, weil ich war, bevor ich den Red Club, also der ja früher Red Ladies Club hieß, der heißt Red Club, bevor ich den gegründet habe, ich war in ganz vielen Clubs und habe mir ganz viele Veranstaltungen anschaut. Und da ist mir was passiert, da war ich total entsetzt. Ich bin wohl hingekommen in so einem Business Club, Frauen Business Club. Und Frauen sind ja auch Perfektionisten. Und was ich da erlebt habe, war für mich sehr shocking. Also die sind alle gekommen, haben ihre Visitenkarten verteilt, eine nach der anderen. Und kaum haben sie die verteilt und haben gesagt, was sie machen, waren sie wieder weg. Und das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Ich fand es total, ja, nicht menschlich. Also einfach im Prinzip, es geht nur noch ums Business. Aber letztlich, ich mache noch Business mit Menschen, die ich gut finde. Die gehen in die Boutiquen, wo ich die Verkäuferin oder die Besitzerin mag oder kenne. Also es ist nicht, wir haben ja überall, ich kann ja alles online gestecken, muss ihnen kein Geschäft mehr geben. Aber was uns ja als Menschen ausmacht, ist, dass wir kommunizieren miteinander, dass wir uns spüren und in die Sittenkarte hingeschmissen. Und dann gedacht, da kommt was dabei raus und da kommt was zurück. Das ist für mich eine völlige Fehleinschätzung. Wir lassen dir das sehen. Ich frage es mal dich, Katharina, weil du bist ja als Markenbotschafterin und Marken-PFer. Wie würdest du das bewerten, wenn jemand so Business und Business Club versteht? Ich glaube, es ist generell immer wichtig, dass man sich fokussiert auf Dinge und dass man nicht jetzt in die Breite geht mit, ich schmeiße jetzt meine Visitenkarte rein, sondern dass man sich tatsächlich einfach fokussiert auf das, was man macht. Und dass man die Dinge, die man tut, mit Herz tut und mit Herzblut. Und ich glaube, das macht einen erfolgreichen Unternehmer aus oder egal in welchem Bereich. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das einfach auch einen von der Masse abhebt. Weil der Gegenüber merkt ja genau, wie du bei der Sache bist. Ob du das schnell, schnell machst, weil du meinst, du musst jetzt. Du meinst, es kommt dann von ganz alleine. Wenn man merkt, jemand ist gut, jemand kann das und macht das engagiert, dann kommen die Leute auf einen zu. Und da muss man nicht die Karten verteilen. Also Networking at its best. Also wirklich so von innen und nicht hier ausoktroyiert und künstlich. Genau. Katharina, du hattest ja eine ganz tolle Idee zur nächsten Veranstaltung in München. Die wir dann zusammen gesprochen haben mit Janett von Rathibor. Und wir wollten mit Podium verantworten. Erzähl mal, was dir da am Herzen liegt. Was du dir vorstellst, was du gerne aufs Podium bringen möchtest. Diese Idee wurde geboren in München, als wir alle drei, Susanne, du, die Janett, als wir zusammen saßen und uns einfach generell über das Leben von Frauen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterhalten haben. Und wir haben auch mit Susanne zusammen, die natürlich eine absolute Expertin auf dem Bereich ist, dann sind wir schnell draufgekommen, dass wir gesagt haben, gerade diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie beziehungsweise den Wiedereinstieg in den Beruf, nachdem man ein Kind bekommen hat. Wie wichtig das ist, dass man da Fragen beantwortet bekommt und Denkanstöße bekommt, die man vielleicht selber so noch nicht hatte. Und somit war die Idee geboren, dass wir sagen, wir machen ein Symposium, in dem wir Expertinnen aufs Podium holen, wie zum Beispiel eben die Dr. Susanne Dietz, die dann erklärt, welche Ansatzmöglichkeiten es gibt, welche Herausforderungen man hat, als junge Mutter wieder in den Beruf einzusteigen. Und dass man einfach einen Diskurs startet, um Frauen da zu unterstützen, die nicht genau wissen, wie sie es anstellen sollen. Jetzt sage ich mal was dazu, und zwar, es gibt ja ganz, ganz viele Podiumsveranstaltungen, gerade für Frauen, also es ist ja im Moment sehr entkommen, Women Empowerment und so weiter. Aber was unterscheidet deiner Meinung nach, oder was ist wichtig als Unterscheidung zu dem ganz normalen Business Club, unser Club, der eigentlich was ganz anderes will? Und das hast du, Katharina, das letzte Mal so wunderbar erklärt, vielleicht kannst du es nochmal kurz in Worte fassen, was ist für dich wichtig und was ist das, was dich dabei hält und wo du sagst, das ist was anderes und das ist was alle anderen machen, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich meine, unser Alleinstellungsmerkmal ist einfach, dass wir sagen, wir wollen einander unterstützen und es ist nicht einfach nur ein Business Club, in dem, wie wir vorher gesagt haben, ausgetauscht werden und wir hoffen, dass dann geschäftlich was entsteht, sondern es geht um Schwesternschaft, um Zusammenhalt, um Freundschaft und dass man sich dann beruflich unterstützt. Das ist dann die positive Dreingabe, aber dass man einfach, die Susanne hat das vorher so schön gesagt, einfach einen Raum schafft für Frauen, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie offen über Dinge kommunizieren können oder über Thematiken kommunizieren können, die sie beschäftigen, die ihnen vielleicht Angst machen, ohne die Angst zu haben, verurteilt zu werden und somit einfach einander zu unterstützen. Und das finde ich einfach auch das Wunderbare und den wunderbaren Gedanken, der diesen Klub einfach bestimmt. Super, du kannst es besser erklären und beschreiben als ich. Susanne, jetzt komme ich nochmal zu dir. Du bist ja wirklich in dem Thema ein absoluter Profi und da sind wir auch ganz froh, dass wir dich gewinnen konnten. Vielleicht erzählst du mal was, du weißt ja aus der Praxis, wie Arbeitgeber damit umgehen, was wichtig ist. Was würdest du denn den Frauen mit an die Hand geben, die diese Problematik haben in eurem Alter zwischen 35, 38, 40, wo die Kinder klein sind oder gerade zur Welt kommen? Was würdest du den Frauen mit an die Hand geben und den Arbeitgebern, damit die lernen, miteinander gut klar zu kommen? Was ist wichtig für unsere Gesellschaft? Bin ich gespannt, was du uns dazu sagst. Also da gibst du mir jetzt eine Vorlage, da könnte ich jetzt fünf Stunden stehen. Ja, aber so die wichtigsten Punkte überhaupt. Also ich glaube, für werdende Mamas beziehungsweise, da ist es immer schwierig zu erzählen, weil die realisieren es oft erst, wenn das Kind dann da ist. Und so war es bei mir auch. Also man denkt ja immer, ich mache das alles anders und bei mir funktioniert es nicht. Aber wenn es dann da ist, dann merkt man schon, woran es liegt. Und das Erste ist, dass man sagt, die Beziehung zum Arbeitgeber ist immer eine Beziehung, ist immer eine zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt, wenn ich da in die Elternzeit gehe, dass ich in erster Linie Kontakt halten muss. Und das erlebe ich als einer der größten Fehler, der passiert, wenn ich Mutter werde, dass ich dann wirklich raus bin. Und dann bin ich physisch raus und bin aber automatisch natürlich auch bei den Themen raus. Ich bin bei den Weihnachtsfeiern draußen, ich bin bei den Meetings draußen. Und dann nach einem Jahr heißt es, oh ja stimmt, sie hätten wir ja auch noch. Müssen wir mal schauen, wie wir sie integrieren. Also das ist Fehler Nummer eins, dass man eben Kontakt hält. Und das Zweite ist wirklich, sich auch einzugestehen. Das erlebe ich auch bei vielen jungen Frauen. Ja, die Arbeit ist mir wichtig. Weil das ist ja immer genau diese Zerrissenheit, die die Mütter erleben, dass sie einerseits sagen, ja, freilich, ich liebe meine Kinder, aber ich liebe halt auch meinen Job. Und meine Hebamme, die hätte so wunderbar auf den Punkt gebracht, dass ich mein zweites Kind bekommen habe. Und ich wäre so ein bisschen betrüppelt sein. Und dann meinte sie, na ja, wissen Sie, Sie haben halt auch noch ein drittes Kind. Das ganz laut schreit. Und das dritte Kind ist ihr Job. Und genau so war es halt. Und sich das einzugestehen, dass man sagt, ja, es ist ein Teil. Und es muss aber nicht unbedingt konkurrieren. Die Herausforderung ist es, beides zu integrieren. Und das hört sich vielleicht einfach an. Aber jeder der Kinder hat, du ja auch, weißt, dass du es nicht gut vereinflusst. Aber jetzt zeige ich gerade noch was. Wir hatten vorhin, also ich habe vor zwei Stunden, habe ich einen Zoom-Talk gehabt. Und zwar, ich habe das Club-Meeting, also unser Club-Bressen, wir konnten den beruflich nicht, mit 22 Frauen gemacht. Und da war ein Thema, was ganz klar war. Wir hatten eine Frau dabei, die Leiterin, die Mitarbeiterin des beiden, einer der wahren Töchter. Und die hat gemeint, es wäre jetzt aufgrund dieser Corona-Geschichte, ist es einfach so, dass wir jetzt ganz viel online machen, ganz viel im Homeoffice sind. Und das ist natürlich für Frauen auch ein Vorteil. Im Moment ist es noch schlimm, weil die Kinder natürlich draußen sind und ohne Betreuung. Da sind die Frauen maximal belastet. Und ich muss ehrlich sagen, mein Herz blutet, wenn ich sehe, was die Frauen da teilweise am Leistung erbringen. Und welcher Druck da existiert. Und du hast ja auch gesagt, du kannst heute ab 9.30 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind. Also vorher ist einfach Stress pur. Und das kann ich für dich nachvollziehen. Aber die haben eben erklärt, dass dadurch, dass wir jetzt wissen, es ist Homeoffice, wir können jetzt, wir sparen uns die Anfahrtsriebe. Wir können zu Hause arbeiten. Wir haben nicht mehr den Druck, dass wir in hohen Schuhen durch irgendein Büro hetzen müssen, Parkplatz holen. Und wir erleben das ja bei Müttern ganz oft, dass die morgens um halb acht dann irgendwo schon mit wehenden Haaren und auch gut ankommen. Also da fällt was weg. Und wenn wir jetzt in unserer Gesellschaft, da habe ich bestimmte Aufgaben für die Politik, ich hoffe, die hören das irgendwann und nehmen das an, wenn man das jetzt ernst nimmt und sagt, gut, wir haben Frauen eben, wir begünstigen Frauen, die mehr im Homeoffice stattfindet, dass man dann zum Beispiel auch noch weitere Mechanismen findet, um Frauen weiterzuhören lassen, indem zum Beispiel die Kinder abgeholt werden und nach Hause gebracht werden. Es gibt bei bestimmten Kindern, bestimmte Sonderschulen, hat man früher gesagt, da wurden die alle abgeholt in diesen Kastenlegen. Und das ist eine Alternative für Kinder, warum werden die Kindergarten zur Schule abgeholt. Und die Mütter müssen nicht diesen Parcours da dort laufen, zum Kindergarten, zur Schule, zur anderen Schule und nachmittags zum Klötenunterricht oder zum Sport. Warum haben wir das nicht so organisiert, dass da die Mütter nicht so gefordert sind, dass sie zu dem Job und dem anderen Stress, den sie haben, dann nur noch diese Wegegeschichte haben. Und vielleicht hat einer von euch da noch einen Vorschlag, ich weiß es nicht, Katharina, du hast ja noch keine Kinder, du bist irgendwann dann dran und erzählst nichts, wann es weitergeht. Aber hat von euch einer noch eine Idee, also nicht Forderungen oder Ideen, die man an die Politik stellen kann, wo man sagt, da muss sich was ändern? Also es ist halt so ein Kulturwandel, also wenn ich jetzt nochmal kurz das sagen kann, weil das ist, wenn man sich, das sind halt wieder die Skandinavier, sind da einfach weiter, was das angeht. Also wenn man sich skandinavische Unternehmen anschaut, also ich sehe halt die Rolle auch immer stark beim Arbeitgeber. Die nehmen sich momentan noch stark raus, die sagen, die Politik soll was machen, die sollen Bezeugungsplätze schaffen. Aber zum Beispiel gibt es skandinavische Unternehmen, die stellen Abendessen bereit für die Frauen. Also das heißt, die gehen dann abends in die Kantine nochmal, nehmen quasi so ihr Lunchpaket mit und holen die Kinder ab und dann müssen sie schon mal das Abendessen nicht mehr machen. Also so Kleinigkeiten. Und da müssen wir nur kreativ sein, beziehungsweise man müsste nur mal kurz in den Norden gucken, da gibt es schon ganz viele Ideen. Deswegen, ich würde da immer gerne die Arbeitgeber noch mehr in die Verantwortung mitnehmen, weil die hätten das ja auch, wenn es um das Thema Employer Branding geht, um Mitarbeiterattraktivität und Talentmanagement, dann wären das genau die Sachen, die ja attraktiv sind für die junge Generation. Ja, aber die machen dann Incentives, sag ich mal, wo die irgendwelche leitenden Mitarbeiter nach Mallorca einladen oder zu einem Autorennen oder zu solchen sinnlosen Sachen, sodass sie das Geld und den Aufwand und die Energie des ganzen verschiedenen verwenden, um Frauen zu unterstützen. Weil wir haben ja in Deutschland schon einen riesen Arbeitskräftemangel. Und ich weiß nicht, Katharina, du wirst das ja auch sagen können, wenn du heute eine qualifizierte Mitarbeiterin suchst, das ist so gut wie unmöglich, jemanden zu finden. Man muss die direkt abwärmen. Das ist ja auch ein Problem. Und die Kinder, die jetzt heranwachsen, das werden ja unsere nächsten qualifizierten Mitarbeiter. Und wenn die nicht eben gut großgezogen werden und so weiter, dann haben wir in der nächsten Generation ein kleines Problem. Katharina, was begegnet dir da so? Weil du hast ja dich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Was begegnet dir da in deiner beruflichen Umwelt? Du meinst mit Employer? Ja, genau. Was ich sagen muss, ist, dass man gerade bei jüngeren Generationen massiv merkt, dass teilweise tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Sachen hinten runtergefallen sind. Weil die Frauen einfach massiv in der Verantwortung stehen, dass sie arbeiten gehen. Weil ich meine, sie bringen zur Hälfte das Gehalt mit nach Hause. Und oft geht es nicht, dass die Frau zu Hause bleibt und sich komplett um die Kinder kümmert, weil sie ein eingeplanter Teil vom Haushalt ist. Das bedeutet, der Mann alleine könnte das gar nicht stemmen. Und dadurch fallen natürlich gewisse Sachen wie manchmal auch Umgangsformen zum Beispiel hinten runter. Und ich glaube, wie Susanne das gesagt hat, es ist wahnsinnig wichtig, dass einfach da unterstützt wird, dass dieser Spagat einfach besser möglich gemacht wird. Und ich beurteile das aus der Ferne. Und ich möchte mich jetzt nicht erdreisten, irgendwas zu wissen, weil ich habe selber noch keine Kinder. Aber ich bewundere jede Frau, die wirklich das schafft. Kind und Karriere und dann auch noch einen Ehepartner. Weil ich meine, wir müssen ehrlich sein, das ist eine Beziehung, an der auch gearbeitet werden muss. Es ist ja nicht nur so, dass wir Kinder und Arbeit haben, sondern wir haben einen Partner. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor jeder Frau, die das schafft und die das gut schafft. Und das ist wirklich großartig. Kommen wir nochmal zu dir zurück, weil, liebe Katharina, du hast mir erzählt, du hast dich mal beworben auf die Stelle und warst qualifiziert, glaube ich, sofort. Und du bist nicht genommen worden, weil ein männlicher Bewerber, der aber mit Sicherheit nicht diese Qualifikation hatte wie du, du hast es dann erfahren. Der Grund war, warum du nicht genommen bist, dass du eine Frau bist und einen gewährfähigen Autor bist. Und das war für mich, als du mir das so erzählt hast, da habe ich für mich so gedacht, in der heutigen Zeit ist das wirklich noch ein Kriterium für Arbeitgeber. Und da kommst du, das ist dir passiert und da kommst du jetzt ins Spiel zusammen. Was sagst du einem Arbeitgeber, der das als Argument bringt und sagt, eine Frau mit 35 bekommt irgendwann Kinder, da ist, oder du warst damals noch ein bisschen jünger, was sagst du einem Arbeitgeber, der sowas ins Feld führt? Also einerseits, also wenn ich sowas immer höre, der fährt es bei mir hoch. Das ist Nummer eins. Und dann ist aber, das zweite ist wirklich das Argument, das ich habe. Und das ist nicht nur ein Argument, sondern das sind Tatsachen. Zum einen ist es eine Zeit, die absolut begrenzt ist. Also das heißt, lass es mal zehn Jahre sein. Aber dann ist diese Frau wirklich wieder voll einsatzfähig. Und das nächste ist, ja, die Zeit muss man gemeinsam gehen. Auch der Arbeitgeber muss natürlich auch irgendwo Kompromisse eingehen, muss unterstützen, aus meiner Sicht auch Entwicklungsprogramme anbieten, also auch Weiterbildungen. Aber was diese Frau halt dann mitbringt, ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung in der Tiefe. Also es ist, jede Mutter und auch jeder Vater wird das bestätigen, wenn man einmal so ein kleines Kind aus dem Grüps raus hat, man ist so viel resilienter, man ist so viel organisationsfähiger. Man besteht auch, ich finde, auch Richtung Führung. Das Ganze, was ich früher so aus dem Business-Kontext kannte oder auch aus meinen Weiterbildungen, verstehe ich jetzt noch viel besser, wenn es um Kindererziehung geht. Also ich sage da mal was als Arbeitgeber. Ich habe ja einen Mann relativ große Anlasskanzler. Ich habe mit 18 Mitarbeitern, das waren natürlich fast alle Frauen. Und meine Erfahrung mit Frauen, die Kinder hatten oder schwanger waren, ich habe ausgebildet gehabt, die Kinder ausgebildet und schwanger geworden sind, oder natürlich auch Frauen mit ein, zwei, drei Kindern. Und meine Erlebniswelt war, dass die Frauen, die Kinder hatten oder schwanger waren oder ein Kleinkind versorgt haben, teilweise auch alleinerziehend. Die waren so leistungsorientiert, die waren so gut, da war ich sprachlos. Also ich habe mir richtig schlecht gefühlt. Und ich habe teilweise den Frauen ermöglicht, mit sechs Stunden zum vollen Gehalt zu arbeiten. Und in diesen sechs Stunden haben die mehr geschafft, als andere Nachstunden. Die waren sehr zielorientiert. Also meine Erlebnisse waren da eben ganz andere. Und ich habe das also gewusst gemacht und ich habe absolut positive Erlebnisse gemacht. Hätte ich so auch nicht erwartet. Aber wie du das eben schreibst, Susanne, absolut. Und bei dir, Katharina, ist es ja auch so, ich weiß ja, was du für ein Mensch bist. Ich habe dir ja bei Veranstaltungen schon erlebt, wie du links und rechts und alles gleichzeitig und diesen Anspruch, den Frauen eben auch haben, sehr perfekt, sehr organisiert. Sehr tass, sehr konsektionistisch zu arbeiten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch was, das absolut von Frauen spricht. Und insofern ist es jedem Arbeitgeber empfohlen, Frauen einzustellen und sich in Frauen zu gewinnen. Weil letztlich wir dafür sorgen, wir sind die reproduktive Seite, dass es weitergeht in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz was zu Corona sagen, bevor ich abschließe. Ich weiß, wir sollen nicht so lang sein, sonst hört uns gar nicht zu, aber ich bin so nett. Wie empfindet ihr Corona? Wie erwartet ihr, dass es jetzt weitergeht? Fangen wir bei dir an, liebe Katharina. Was denkst du denn, wie sich das Ganze entwickelt? Also, dass wir in sehr schwierigen Zeiten leben, das ist klar. Und dass wir vor massiven Herausforderungen stehen, die uns sicherlich noch einige Zeit, wenn nicht Jahre, begleiten. Das sollte uns allen auch bewusst sein. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auf die, dass man die Zeit sinnvoll nutzt. Und gerade so Dinge, die gerne hinten runterfallen oder die man vor sich herschiebt, aus welchen Gründen auch immer, dass man sich jetzt um sowas kümmert, wenn die Zeit einfach da ist. Und ein Thema, das ich meine, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass jetzt wirklich auch dafür jetzt, dafür ist jetzt die Zeit, ist zum Beispiel, dass wir uns um unsere Altersvorsorge kümmern. Weil das ist eine Thematik, die gerade bei uns Frauen halt leider massiv irgendwo hinten runterfällt. Man weiß nicht genau, warum das so ist. Es kann sein, wenn man sich auf einen Partner verlässt oder auf einen Ehemann oder weil man mit dem Thema vielleicht nicht viel am Hut hat. Aber ich glaube, dass das, und gerade auf den Hinblick, dass die Zeiten einfach so schwierig sind. Es ist was, was uns absichert. Und es ist was, was uns in der Zukunft hilft. Und es ist nicht irgendwo, genau. Und das ist auch ein Grund, warum die Überlegung nicht nur da ist, sondern auch schon die Umsetzung angefangen hat, dass wir versuchen, in München Seminare anzubieten, die genau auf das zugeschnitten sind, dass Frauen Unterstützung darin bekommen, zu verstehen, wie sie ihre Altersvorsorge ihnen gerecht gestalten können. Dass einfach dann, wenn die Zeit da ist, dass sie abgesichert sind. Und gerade Frauen in meinem Alter, ich sehe das bei vielen Freundinnen, da werden die Augen ganz, ganz groß, wenn man darüber redet, wie schaut denn deine Altersvorsorge aus. Ich glaube, vielen Frauen ist auch nicht... Darin muss ich aber dazusagen, du bist kein Rentenberater oder kein Versicherungsmensch, du bist dir niemanden, eine Versicherung oder eine Altersvorsorge. Nein, 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 Gottes Willen soll auch nicht so rüberkommen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses Thema, und um das geht es ja bei uns auch, dass wir sagen, wir definieren Themen und wir suchen Themen, die wirklich auch Frauen bewegen, die in unserem Alter sind, um einfach da voranzubringen. Und das soll jetzt kein Verkaufsgespräch sein, um Gottes Willen. Genau, jetzt sagen wir, das ist nochmal zu betonen, aber du hast es auf den Punkt gebracht, weil das ist das, was ich als Anwältin auch erlebt habe. Ich mache seit fünf Jahren noch Scheidung, ich bin seit 28 Jahren Anwältin. Und das, was ich da erlebt habe in den letzten fünf, sechs Jahren, mit dem Scheidung gemacht, ist einfach das, dass Männer super gut abgesehen sind. Ich habe jetzt gerade einen Fall auf dem Tisch, wo ich gerade noch hier links die Akte liegen habe und wo ich ein Gutachten mache zu der Altersvorsorge des Mannes und zu der Altersvorsorge der Frau. Und die Frau hat sich bisher gut gefühlt in der noch bestehenden Ehe. Und ich habe jetzt ausgedrückt, dass er 19.000 Euro Rente kriegt, wenn er 20 Jahre lang die Rente in Anspruch nimmt und sie 1.800 Euro. Also sollten die sich heute oder morgen trennen, dann würde er im Alter mit 19.000 Euro die nächsten 20 Jahre dastehen und sie mit 1.800 Euro. Und das sind die Verhältnisse 1 zu 10, die zu erleben. So sieht es auch beim Vermögen aus. Und es gibt dann natürlich oft diese Argumentation, ja, ich bin ja arbeitende, wenn das Mann, und die Frau hat ja die Kinder aufgezogen und deswegen hat die halt eben nicht gearbeitet. Und das Gesetz sorgt hier nicht zu reichen, weil es gibt eben viele Menschen, die Rentenversicherung anders starten, indem sie zum Beispiel Kapitalbild, die Lebensversicherung abschließen und die fällt nicht in den Versorgungsausgleichsanspruch bei einer Scheidung. Und deswegen zahlen die Frauen hier immer ordentlich runter. Und was ich halt erlebt habe und was ich aus den statistischen Zahlen finde, ist das, dass es Altersarmut eigentlich, das ist weiblich. Das gibt es übrigens bei Frauen, das kommt bei Männern sehr, sehr, sehr gut vor. Und Alleinerziehung ist auch ein Thema für Frauen, also die meisten Alleinerziehenden sind weiblich. Das sind auch nochmal Themen, die uns berühren. Und ich finde es für uns als Gesellschaft und für uns Frauen wichtig, dass wir uns um diese Themen kümmern und uns unterstützen. Und das Thema Altersvorsorge, das haben wir klasse, das ist auch gemacht, hätte ich eigentlich aufnehmen müssen, weil wir als Anwälte das tagtäglich erleben. Aber es ist völlig richtig und ich finde es super kritisch und super gut von dir. Wir verkaufen also keine Rundpersonen, aber wir werden den Frauen sagen, wie sie ihr Leben in Zukunft auch in eine positive Richtung steigen müssen und sie unterstützen. Und das finde ich ganz toll, dass ihr beide da so an der Stelle dabei seid und so ein tolles Frauenteam in München und Bayern seid. Da freue ich mich, war auch viel. Und jetzt danke ich euch und würde euch bitten, dass ihr noch ein ganz kurzes Schlusswort sagt und euch verabschiedet. Und dann sehen wir uns im wirklichen Leben und spätestens bei uns am nächsten Punkt. zum Veranstaltungen wieder. Susanne. Ja, also das Schlusswort ist, ich freue mich einfach, wenn wir uns wieder sehen können, wenn wir uns dann hoffentlich auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen sehen können. Ich freue mich wirklich wahnsinnig viele Frauen kennenzulernen, genauso wie ihr beide auch, die mit Herz drin gehen, die einfach Spaß am Leben haben, die sagen, ja, ich arbeite gern und ich habe einfach Freude, auch jemanden kennenzulernen. Super. Katharina? Ja, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns bald hoffentlich wieder persönlich sehen, vielleicht dann noch im Abstand und nicht die in die Arme nehmen können, aber ich freue mich riesig, dabei zu sein und auch die Susanne so als Partner an meiner Seite zu haben und dass wir das alles miteinander irgendwie hier aufbauen dürfen in München und auf viele tolle Begegnungen, großartige Frauen und auf eine großartige Zeit miteinander. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und freue mich sehr, dass wir so super zusammen waren und freue mich auf die nächste Veranstaltung, die wir dann real life machen, natürlich in München. Und hier in Berlin, wir haben, ich habe geplant, jetzt, wenn es ein bisschen stabiles Wetter gibt, bei uns im Garten eine Veranstaltung zu machen, die heißt dann Keep a Distance und wir werden uns dann bei uns in unserem relativ großen Garten treffen und jeder bringt sein Spül mit und jeder bringt sein Essen mit und wir halten zwei Meter Sicherheitsabstand, tragen alle Masken, haben Desinfektion am Eingang und werden eine Sommerparty im Garten machen, mit rein, mit Abstand und uns auch wirklich wieder treffen und natürlich jetzt auch so ein Veranstaltender machen, also Meetings machen, die online sind, um einfach das Gefahrenrisiko zu minimieren. Bisschen, ihr wisst, ihr habt gerade vorhin mit einer Freundin telefoniert, nämlich die Riesin, die aus Shanghai ist, die hat die Informationen aus Shanghai aus erster Hand, da gibt es jetzt die zweite Welle, die machen jetzt gerade die nächsten Shutdown und die Einkaufszenter werden geschlossen und so weiter. Wollen wir hoffen und wollen wir dann arbeiten und mithelfen, dass es in Deutschland nicht so weit kommt, dass es wieder einen Shutdown gibt und wollen wir trotzdem dranbleiben, uns Frauen weiter in der Gesellschaft zu positionieren und unsere Ziele und Werte nach vorne zu bringen und uns gegenseitig zu unterstützen und praktisch zu sein. Ich danke euch, es war schön, bis dann. Vielen Dank, bis ganz bald. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.